weil wir haben um 58 habe ich wieder angefangen mit aufnehmen das heißt wir in den matchen wieder fast eineinhalb stunden aufhalten das kommt mir gar nicht so vor ja doch gut dann macht es auch spaß stone cobblestone cobblestone patti die kiste ist voll kann ich nicht dafür nein die kiste ist voll ja au alter stücker schreckt alter jeder warum schreit äh lass mich halt ähm klar was war warum machst du das äh ist besser so aua let it be please nein i have auer gefühl äh juckt mich nicht ach so wie süchte meine pizza ist gleich fertig ja ah der ist jeden tag pizza jeden tag sicher doch ja nein was soll ich denn machen wenn jemand zu hause ist wenn ich heimkomme so früh so wie patty hotdog oder so nudeln genau hotdog nudeln hatte ich gestern egal glaub ich dir nicht du hast bestimmt pizza cat ja aber nur nachts nachts auch noch nachts auch noch ich bin auch schlimmer hm 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 weißt patty ich war ich hab um halb ich wieg immer noch zu wenig mann ich hab 2 kilo für mein optimalgewicht und das ist hm äh sind 76 ich bin jetzt immer noch bei 74 sei froh sei froh nein voll nervig total nervig dass du jetzt 2 kilo zu wenig wiegst ja total guter mann ich hab mir vorstellt trinken ja nein ich will dazu ich mach nur 3 milder pro Tag weil das geht sonst irgendwie auf die was weiß Niere Leber irgendwas ist da schlechter Leber vor allem ist das Alkohol oder was hm ne ich glaub es war also irgendwas tut dem nicht gut immer noch so viel davon ich glaub deinem Gehirn oder Gehirn bestimmt ja oh Gott gesundheit ich glaub deine da hat was gepiepst ich glaub deine Pizza ist fertig ja ja die ist fertig ja genau wenn du da ja passt oh maaan ja liebe leute scheint er einfach hier rein mit ne in der Aufnahme und frisst du noch Pizza ich sag nur so viel du hast ich hab dich gegessen er hat anderes was ist jetzt schon wieder los Creepo noah jo mama hab ich dich fertig gemacht you little bitch ass du bist du bist du bist du bist es tut dir schon weh sehr ruhig das ist schon mit dem Baum gewachsen alter leck mich bockchen 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 das körper wo eben ein paar bisschen mehr körper ... bockchen in jahren das schaue nun im baum gewachsenen leckten und meine hand juckt hoch dort hat etwas komisch angehört Prozent ich kann das Blumen aber auch aber ich glaube nach ich glaube wenn ich in der Spur mit Heiko Ziesko doch er hat sich das er war ich aber halt jetzt sind die ganzen Russen sind es auch weg zu sicher ja und Chinesen und alles sind das ist nicht so schlimm und die ganzen Hacker und also wir haben wir haben gestern noch gespielt warst du auch dabei ne glaube ich nicht da war ein Franzose drin Alter der hat jedem ein Headshot gegeben und zwar mit der Scout ja und Hacker vor allem nennen natürlich der Typ hat uns nicht mal gesehen und gibt uns ein Headshot ja also wenn das kein Hacker ist Hacker und Geld und Geld wenn du uns nicht sieht dass du uns dann ein Headshot gibt ja total ich bin mal schlägt auch nicht kommen aufladen Prozent okay wenn wir in den Jetpack auf das geht es den Schochen die ich glaube wir brauchen das zu tun 15 15.000 glaube ich hier Prozent oder nur nur ein bisschen dezent weniger der Konrad 20 Möse muss kommen und es ist nicht so das ist als er schreckt mich nicht so hast du nur 1 oder die schickte ich jetzt mal ohne scheiß hast du nur 1 ein zweiter ist aber dann kriegst du ja richtig viel schaden ja dann müssen wir noch was bauen schuld dass du keinen Fall schaden kriegst ja ich muss erstmal meine Süßigkeiten mein Süßigkeiten vorrat hier auspacken so mega schuld ein Süßigkeiten vorrat was denn ja ne warte ich bin der Karte zu tun und dann gehörst du dich nicht so gut so gut wird sich gut ja und wird der Kulost Prozent stammt man kommt ja also dass ich noch gut passt mit 6 Uhr gut von uns als ganz seien auf den Weg mit hier leck mich aber kann sein dass wir schon ziemlich drauf Nien in den Maureisen hier er wird heißen juli nur in der Zeit wie vielleicht brauchst du meist ruhig ganz mann bei uns vorhin halten ruby ruby schwert wegen dir er ist eh besser wie Eisen um ein bisschen Essen es war nicht um ich die Maulneter und gucken mal macht es viel Spaß danke das ist recken ich hab mal ich hab mein Jetpack dabei Prozent das ist die Witzung für wen und nun die Projekte der Reiz zu müssen was habe ich denn jetzt Mieter Silber Ohr immer so ein bisschen und nicht rausgefunden oder was Prozent doch nur noch ein kleines Denker welches er mich hier wieder ausbauen und der ausfüllen wie sie können müssen die Sachen nicht mit als du niemals anstrengend die sich in den Kloster nicht mit weil er aber auch Prozent Stranford er war oder was Prozent Prozent sind glücklich ist die Tieren sind nicht auf dem Kloster uns den und gleichzeitig abbauen